Ja, immer noch genug Speicher frei, das gefällt mir gut. Und, juhu, es regnet, hä? Hä? Hm, merkwürdig. So, achso, wartet. Ja, Level 21. Na, hier haben wir noch Stein. So, hier hatten wir sonst nichts weiter. Hier haben wir noch zwei, da packen wir den Sand auch nochmal rein hier. Und lassen ihn durchbraten. Ah, das ist gut, dann können wir jetzt schon mal... ...diese Dinge ins Kirche... Hä? Achso, ja, so war das, ja. ...la la 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 la... ...la la 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 la... ...so. So, dann haben wir jetzt 64. Damit könnten wir schon mal ordentlich was anfangen. Das muss ja auch alles symmetrisch bei mir sein. Hier bauen wir mal ein Fenster ums Eck Ums Eck Ja, das ist auch so eine Sache Ja, so Hier bauen wir Cleaner Die Cleanies brauchen wir dafür So, hier sind zwei Ja, Leck Kurz so machen, dass er speichert Kann man die Kann man das so machen? Geht das? Dann sieht das noch was aus Na, irgendwie nicht, ne? Irgendwie Ja, irgendwie sieht das nicht gut aus Irgendwie nicht Dafür nehme ich lieber nochmal die normalen Oder sollen wir generell hier die normalen nehmen? Ja, da gibt es hier nicht diesen Betta-Dings-Kirchen da Den hätte man nochmal machen sollen So, dann werden wir hier Das muss auch noch so Werden wir hier auch nochmal so ein Fenster machen? Oder? Ne, dann machen wir hier gar kein Fenster Dann lassen wir das weg Das So Und hier so Und dann kommt hier Mar Erde Die können dann mal weg Man hat einfach so viel Wenig Inventar Muss ich sagen Also die Dinger könnten auch ruhig mal Nicht nur hier Acht Dinger gehen Das sind auch acht, ne? Sechs Ne, warte Drei Vier Fünf Sechs Neun Dinger gehen Sondern Zwölf oder so Das wäre irgendwie viel geiler Müsste man nicht immer so oft Wechseln Also immer da ins Inventar gehen So, hier muss ich auch noch Einen auf den machen Und dann so Hier dann so Und da so Zwei Zwei Kommt das erstmal so Falsch Ja Ja genau Das sieht hier auch noch blöd aus Da werden wir lieber nochmal hier nochmal machen Und dann so Und so Na, dann kommt hier Ein Dreierfenster rein Von denen hier wieder Mh Ein So Wie habe ich das jetzt Oh Mann ey Warum habe ich das immer alles vergessen Zwei habe ich da gemacht Okay Also hier nochmal Blub Blub Hier oben noch So So Oder soll ich das anders hier verlegen Ja Das machen wir vielleicht anders hier Den Boden verlegen Da werden wir dann keine Wolle machen Sondern Entweder das Holz Oder das Holz Dann muss ich mal gucken Wie das besser aussieht Also das sieht hier generell anders aus Ne Das sieht mir Ne 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 Also das würde geil aussehen Aber mit dem Texture Pack hier Was ich habe Da sieht das nicht ganz so geil aus Da sieht das hier dann schon Deutlich besser aus Zack Dann nimmt er das nicht mehr Dann nimmt er das nicht mehr So Zack Zack Irgendwann werde ich auch mal die Welt zum Download anbieten Wenn ihr das wollt Würde ich mal gern von euch wissen Dann würdet ihr das gerne mal in die Kommentare Schreiben Dann weiß ich das Und sonst mache ich es unnötig Mit mega Oh Mann ey Mega Upload Link Könnt ihr euch da mal ein bisschen umschauen So Hier Ja hier bauen wir viel Holz Ah jetzt funktioniert Ne Ich wollte gerade sagen Jetzt hat er gerade funktioniert Aber Doch nicht Ah ne Oh ja nicht wegmachen So Nimm mir den weg Aber jetzt werde ich auch gleich Eine Aufnahmepause mal machen Weil das ist jetzt hier schon Ziemlich lange Ja Und Lecken tu das jetzt auch schon ein bisschen öfter Als sonst Also es gibt immer so einen Kleinen Leck Und mein Mund ist auch schon ganz Fusselig geredet Ähm So Die Stacks werde ich aber nochmal Verbraten Versteht ihr? Holz Verbraten Alle Füße hochheben Flach wird's So Vielleicht werde ich auch noch so ein Muster reinmachen Aber dafür brauche ich erstmal Cleanstone Und Also mehr Cleanstone noch Das wird aber erst später kommen Wenn das Haus Ansatzweise fertig ist Ja Jetzt muss ich erstmal überlegen Wie ich das hier noch weitermache Blumen Für einen Leuchtturm Den wir irgendwann gleich mal bauen werden Und sollen tun Ah So Dann müssen wir jetzt mal hier Ah So 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 Oh Hier muss ich jetzt schon wieder wegnehmen Das ist ja Nicht ganz gut Hä So total dämlich tun Danke Holz Da brauchen wir auch Ah da haben wir ja Ah ja genau Birke haben wir auch noch Also können wir ja Noch machen So Jetzt nehme ich hier nochmal auf Wir müssen den ganzen Berg abtragen Das Sehen wir jetzt schon Das kommt auch noch auf uns zu Aber ist halt Mal stinknormales Minecraft Let's play Was eh jeder macht Und so Äh Ja warte mal Jetzt muss ich überlegen Das hier so Denn darf hier kein Holz Also das Holz denn nicht mehr Dann werde ich hier ein anderes Holz machen Äh Äh Ja genau So lassen wir das noch Dann hier nochmal ein So rein So So Und hier noch So Jetzt habe ich Muss ich erstmal wieder neues Holz machen Gehören Hui Lalalala 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 Lala Ah ne hab ich hier noch Hier hab ich sogar noch Ist doch alles da Alles easy Ja die Glasdinger lassen wir mal hier Die bauen wir jetzt eh nicht Alles easy So So das wird hier so das Atrium Wenn ihr versteht Ich werde das so an meine Let's Show An Lehnen Bloß ein bisschen anders Ganz klein wenig anders So Und die Framerate hat sich auch wieder eingekriegt Also die läuft wieder so normal wie es vorher gelaufen ist Ähm Ja Gehen wir pennen Jo So Neuer Morgen Neues Glück Hier kommen ja noch die Pistons ran Die Slime Pistons Äh Ganz am Auge jucken Am Auge jucken So Aber das ärgert mich Die Tür würde ich jetzt schon Fick gerne fertig machen Ich glaube die Slimes Werde ich mal offscreen suchen Also Aber ich brauche erstmal einen Sumpf Die werde ich offscreen machen Erstmal hier ein paar Fackeln ran Na das lohnt sich hier noch nicht Na hier die Fackeln oder hier unten Ne da oben So Oder da oben Näh Näh So Auf der anderen Seite kommen die Fackeln genauso hin Hier Da Hier schön ausleuchten Dass der hier auch später Nichts Spawn kann So Wie weit wollte ich hier jetzt noch gehen So weit ne Dafür muss ich hier jetzt aber wieder Hier wegruppen Da bin ich froh wenn ich das Haus hier schon mal vorbei hab Dann hab ich hier schon mal eine Basis mit Lager und sowas Wo man hier alles lagern kann Ist denn hier nicht ganz so Offensiv langweilig hier Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal.